Willkommen zu einem neuen Video aus dem Teilekanal. Nun, ich werde ein kurzes Video machen, aber ich finde es sehr interessant, um auf mehrere Fragen zu antworten, die Sie mir zum selben Thema geschrieben haben. Sehen Sie, ob Sie es installieren können. Eine Prima-Pumpe, ein Opel Astra oder ein Opel Zafira mit 2000 DTI-Motor. Mal sehen, wenn du denkst, eine Prima-Pumpe einzubauen. Dann, weil du Luftprobleme im Kraftstoffkreislauf hast. Deezer. Mal sehen, diese Motoren haben eine Abflusspumpe oder Einspritzpumpe, die VP44. Wenn der Ausfall auf ein elektronisches Problem zurückzuführen ist, da diese Pumpe auch elektronische Probleme verursachte, würde der Einbau überhaupt nicht helfen. Aber wenn es ein Problem ist, was gibt es irgendwelche Pumpengelenke, die beschädigt oder in schlechtem Zustand sind? Und Luft dringt dort ein, wäre diese Lösung eine Lösung. Etwas Vorübergehendes, das Ideal wäre, die Pumpe zu reparieren. Okay? Diesel, weil das Ideal-Ord ist dieser, wo diese Mosi hinführt, Tor. Hier hast du den Dieselfilter. Durch diesen Schlauch kommt der Diesel vom Dieseltank zum Filter. Und durch diesen anderen Schlauch kommt der Diesel raus, zur Hochdruckpumpe oder Einspritzpumpe. Naja, das wäre der ideale Ort, um es zu installieren. Denn hier haben Sie es zugänglich und Sie können es drücken, um den Kraftstoffkreislauf zu entlüften. Und dass der Motor Ihres Autos anspringt, okay? Nun, hier ist dieses kurze Video, falls ja nützlich gewesen. Also vergessen Sie nicht, ein Like zu geben und den Kanal zu abonnieren. Also vergessen Sie nicht, ein Like zu abonnieren.